So, schauen wir mal gerade nach, ob wir hier schon bald sind. Futterwabe, der Wabe, wir haben sie schon angefangen auszubauen. Hier kommt die Blutwabe. So, das ist eine Drohne. Da ist eine, da ist sie. Gut, können wir wieder zumachen. Haben wir alles gesehen, was wir wollten. Wie gesagt, das ist jetzt der... Und dann haben wir die gemacht am Montag. Heute ist Donnerstag. Also die haben schon eine zuge Zelle. Jetzt lassen wir die drei Wochen in Ruhe. Jetzt machen wir einen Cut.